Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Grandia 2. Weiter geht es. Auf zur Kirche. Da muss ich hin. Da bin ich. So, Vater. Du willst, dass ich... Was heißt... Ähm, verdammt. Solche... Ihre Fusiness... Eskortiere. Gut. Dann komm mit, Prinzessin. Vater, bin ich der Einzige mit einem Söldner? Ja. Deine Wichtige... Deine Rolle ist wichtiger. Deine Rolle ist sehr wichtig. Oh. Warum kann ich nicht alleine gehen? Bitte, Vater. Hey, hey. Was versuchst du da? Ich wurde schon in Voraus bezahlt. Ich will nicht alleine mit... Ich will nicht alleine mit diesem... Was heißt Boah auf Deutsch? Barbar, gehen. Hey nun. Wen nennst du hier einen Barbaren? Elena. Deine Rolle ist sehr wichtig. Wenn etwas... Wenn etwas... Würde etwas... Würde etwas geschehen... Könnten wir die Zeremonie nicht halten. Deswegen der Bodyguard. Es ist nicht fair, dass ich die Ein... Dass ich der Ein... Die Einzige bin mit einem... Söldner. Der mit einem Söldner zu gehen... Die mit einem Söldner zu gehen hat. Ich kümmere mich nicht... Um den einen oder anderen Weg. Nun. Kommst du nun oder nicht? Eh, nennner. Bitte vergiss nicht deine Rolle. Wir sind... Wir sind... Wir glauben an dich. Ich bitte dich. Ja, Vater. Du hast recht. Ich soll... Ich sollte die... Ich sollte Tessa und die anderen nicht warten lassen. Ich sollte... Ich sollte... Mein... Teil... Mein Teil... Machen. Nun gut. Mr. Yudo. Bitte... Dem... Ähm... Bitte bring... Inländer zum Gamia Tower. Gut, mach ich. Gut. Los geht's. Prinzessin. Mein... Name... Ist... Elena. Prinzessin Elena. Zen. Gehen wir. Kraxel, 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 Kraxel. Immer diese Schrittgeräusche. Die sind super laut. Besonders wenn es irgendwie am Boden ist. Da heißt es... Boom, boom, boom. Nostinel. Sil... Bäh. Silesia sind wir hier. Im... Schwarzen Wald. Wild. Weiter, weiter. Oh. Hallo. Weiter, 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 weiter. Was guckst du dich da so um, Elena? Hey. Was... Was ist das? Ist das ja das erste Mal, du gehst durch den Wald? Ne... Nein. Es ist nur... ...in der Nacht. Guck immer nach unten. Und guck... Hm. Lass den Kopf unten und guck nach deinen Schritten. Guck. Da, guck da rüber. Nice re... Nein, nette Reflexe, Prinzessin. Ung... Unglücklicherweise. Wir denn nicht hier um... Beeren. Oder so zu pflücken. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Musst du... ...nicht ducken. Die meisten schlechten... ...die meisten bösen Typen... ...würden nicht stoppen. ...würden nicht stoppen, dich zu töten. Falls du... ...falls du versuchst... ...die Füße zu küssen. Hey. You... Bist du eingefroren oder sowas? Ryo... Mr. Ryo, there's something ahead. Denn, da ist hier etwas. Wieso habe ich das jetzt nicht übersetzt? Je... Ja. Zurückbleiben. Okay. Kampf gegen Vogel. Das war nur eben nur einer. Okay. Nicht zuerst. Daneben. Haha. Quanta. Jetzt. Du musst es einfacher sein, die anderen zu besiegen. Ha-ha. Auf die Rübe. Und jetzt warst du verloren, Vogel. Vogel, du gehst... Du greifst... Du ra... Du beißt jetzt ins Gras. Du lebst ja immer noch. Daneben. Und weg mit dir. So, wie schnell er das bewegt. Er schneidet praktisch die Luft in zwei. Bist du okay, Prinzessin? Ja, Mr. Ryodo. Wie geht's dir? Bist du... Geht's dir gut? Mir geht's gut. Solange ich... Bezahlt werde. Aber... Eine Sache. Ja? Lass das Mr. Stuff. Das Mr. Zeug. Ich bin nicht dein Lehrer. Oder dein Babysitter. Oder ein verdammter Butler. Just... Nur Ryodo. Okay. War... In diesem... Gefittigkeit... Wir werden es nicht... Bis zum... Armdämmung... Schaffen. Also los. Black Forest 2. Hallo, Vogel. Du wolltest wieder mal eine Abreibung haben. Das kannst du haben. Also, Ten Taken Slash. Auf dich. Haha. Und weg mit dir. Verdammt. Er hat mich noch getroffen. Haha. Ausgewichen. Stirb. Hehehe. Joa. Ihr Fügel könnt mir nichts. Nur noch 96. Gefahrung. Brauche ich zum Level ab. Hallo, Geld. Not Silesia. Wir sind bald am Gamia Tower. Aber es sagt der nächste ist der Gamia Tower. Hallo, Gamia Tower. Hallo, Gamia Tower. Wir sind da. Klock, Klock. So. Ich hab dich jetzt... Ich denke, dass ihr die seid. Welche auch für die Prozesse warten. Sind wir. Du müsst der Söldner sein. Ich danke dir. So, das ist ein Söldner. Ihr gab mir diese... Was? Das rum... Äh, das Rumor spricht... Wahrheit. Guck. Oder besser... Juck. Äh, was heißt Juck? Hieß... Er guckt hier hin. Ruhe. Nun geh schon. Meine Schwester. Ich bin fertig. Ich habe... Ich habe Mr. Ryo... Rodo... Zu danken... Für... Mich hier hin... Sicher zu bringen. Nicht einmal... Was heißt... Ding. Oder ein Kratzer... An ihr. Nun... Ich erwarte nicht, dass ihr mir sagt, was hier vor sich geht. Bitte warte draußen, bis wir hier fertig sind. Mit der Zoll-Menü fertig sind. Wenn es vollbracht ist, wirst du Elena zurück assoziieren zur Kirche. Wie lange... Wird es... Werdet ihr brauchen? Es wird etwas Zeit brauchen. Das ist alles, was ich sagen kann. Eine... Eine Sache noch. Geh nicht... Geh unter kein Unstein in den Turm. Die Zermonie darf nicht unterbrochen bei einem wie dich sein. Malke... Ähm... Ja. Richtig. Äh... Ich werde nur da sitzen... Und... Und werde... Und schm... Und schm... Und schm... Und schm... Und... Und schm... Und... Sachen denken. Bitte komm nicht rein. Oh, die Tür geht von alleine auf. Elena, hat ihr dir irgendwas getan? Tessa! Ryudo hat seine Hände bei sich behalten. Denke. Halt. Denke, er hält seinen dummen Mund. Kommt. Wir müssen mit der Zeremonie beginnen. Rums, 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 rums. Oder besser klack, 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 klack. Irgendwie wurde da irgendwas mit dem Sound der Schritte irgendwie was falsch gemacht. Mann, wie lange wird das noch dauern? Wir warten hier schon seit Stunden. Oh. Stopp deine... Stopp das Meckern. Das ist Teil des Stops. Mann. Was tun die da oben? Das ist, warum ich... die Kirche hasse. Alles braucht ewig. Was ist... Was ist mit dir, Ryudo? Denkst du über das singende Schulmädchen? Ich denke... Ich habe nur ein schlechtes Gefühl dabei. Und dieser... Und dieser... Und dieser Turm auch. Denkst du nicht... Es... Es sieht aus wie ein... Seltsamer Ort für ein... Ein heiliger Zeremonie? Guck... Guck auf die Gravuren. Was ist das mit den komischen Flügeln? Das ist eine antike Ruine. Ich denke... Es handelt sich dabei... Von dem... Äh... Weißen Licht Ära. Du meinst... Der... Den Kampf... Von Gut und Böse? Warum würden... Warum würden sie... Ihren Exorzismus... Oder was auch immer... In diesem... Auf... Auf diesem Platz hier tun. Oh oh. Das hat sich nicht... Gut angehört. Hey, was machst du da? Irgendwas geht dir... Irgendwas seltsames geht da vor sich. Am besten wir... Am besten... Am besten wir... Gucken nach. Aber haben wir nicht gesagt... Nicht rein zu gehen. Guck. Wenn irgendetwas... Zu... Zu... Elendor passiert. Es... Es... Ich werde nicht... Kein... Job. Trapatzen. War genug. Und das ist... Au... Und... Und das ist außerhalb der... Des Gewöhnlichen. Nicht reden. Wei... Los geht's. Wie wahr. Wie wahr. Keine Reden schwenken... Behörden Taten folgen. Rein da. Wir müssen... Die Lage checken. Huh? Hallo! Spinnis! Großartig. Nur großartig. Wo kommt das verdammte Monster her? Vorsichtig, Ryudo. So. Speicherplatz. Speicherplatz. Was? Da! Gut. Recover. Safe game. Ja. Und hier beende ich... Und hier cutte ich dann und... Bis zum nächsten Part. Und hier beende ich... Ja. Nicht. Ich Klar. Und hier beende ich.